Servus und willkommen auf meinem Kanal MyFoodMax. Heute mache ich einen Gurkensalat, wie ihn meine Mutter schon seit über 20 Jahren zubereitet. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie ich diesen zubereite, dann bleibt einfach dran. Die Zutatenliste findet ihr wie immer in der Beschreibung. Zuerst schäle ich eine Gurke mit einem Sparschäler. Schneide dann das vorderste Stück mit einem Messer ab. Die Gurke hobel ich in dünne und gleichmäßige Scheiben, damit der Salat schneller durchziehen kann. Jetzt kommen die Scheiben in eine größere Schale. Zuerst gebe ich zwei Esslöffel Zucker rein und rühre die Gurkenscheiben um. Dann gebe ich einen halben Teelöffel Salz rein. Einen Esslöffel Apfelessig. Einen Esslöffel Sonnenblumenöl. Einen Halben Teelöffel Pfeffer. Einen Teelöffel Salzkräuter. Und eine Halbe kleingewürfelte Zwiebel. Mit einem Löffel vermische ich erstmal alle Zutaten. Damit die Gurkenscheiben von allen Seiten mit dem Dressing in Kontakt kommen, vermische ich den Salat noch mit der Hand. Der Gurkensalat kann unmittelbar nach der Zubereitung serviert werden. Wie man gut sehen kann, hat die Gurke ordentlich Saft abgegeben und zu einem unglaublichen Dressing beigetragen. Ich hoffe ich konnte euch Lust auf das Rezept machen. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann hinterlasst mir bitte einen Daumen nach oben. Und abonniert meinen Kanal, damit ihr meine weiteren Videos nicht verpasst. Dankeschön fürs Zuschauen und viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Video.